Wir schauen uns heute die Nachstellung bzw. das Stalking nach § 238 StGB an und heute fange ich einfach mal mit ein bisschen politischem an, nämlich ihr könnt hier das Urteil oder den Beschluss des BGH sehen. Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Nachstellung jeweils in Tateinheit mit Beleidigung in 165 tatmehrheitlichen Fällen, Beleidigung in Tateinheit mit versuchter Nötigung in 11 tatmehrheitlichen Fällen und mit Verleumdung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt und deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt. Also, ja, das ist doch schon wohl ein bisschen eine sehr geringe Strafe angesichts der Anzahl und dann auch noch zur Bewährung. Naja, okay. Ähm, wir kommen zum Aufbau des Stalkings nach § 238 StGB und wichtig ist es mir hier, dass ihr im objektiven Tatbestand seht, dass wir einmal eine Tathandlung haben und an diese Tathandlung sind, ja, mehrere Voraussetzungen gebunden und dann neben dieser Tathandlung muss dann die objektive Eignung vorliegen, dass diese Tathandlung zu einer nicht unerheblichen Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers führt. Also, ihr seht hier, wir brauchen keine Kausalität zwischen Tathandlung und dieser nicht unerheblichen Beeinträchtigung, sondern diese Tathandlungen müssen einfach nur objektiv geeignet sein. Also, da müsst ihr bei diesem Punkt ein bisschen werten. Gut, hier ist die Norm super lang und wir schauen uns heute, ja, nur die Nummern an. Ich möchte nur ein paar Beispiele machen, weil die Klausurrelevanz dieser Norm ist wirklich fraglich. Also, es ist zumindest in der Justizprüfungsausbildung, ja, JAPO in Bayern, da ist die Nachstellung enthalten. Also, ich muss die für das Examen können, aber nichtsdestotrotz ist die Nachstellung wohl wie die Bedrohung auch nicht so wirklich klausurrelevant und meiner Meinung nach ist das auch ein Paragraf, den man sehr gut, also ihr seht das auch gleich, wirklich sehr gut improvisieren kann. Hier die Definition vom Nachstellen müsst ihr, wie gesagt, nicht auswendig können. Sämtliche Handlungen, die darauf gerichtet sind, durch unmittelbare oder mittelbare Annäherung an das Opfer in dessen persönlichen Lebensbereich einzugreifen und dadurch seine Handlungs- und Entschließungsfreiheit zu beeinträchtigen. Okay, fangen wir mal an mit der Nummer 1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, indem er wiederholt, Nummer 1, die räumliche Nähe dieser Person aufsucht. Okay, Beispiele hier, verfolgen oder warten in der Wohnung, in der Nähe der Wohnung oder in der Wohnung. Wenn ich Stalking höre, dann denke ich mir immer, so ein Täter, der so hinter dem Baum so wartet, so, ja, ihr wisst, ja, der halt sich so hinter einem Baum versteckt und dann nach dem Opfer Ausschau hält. Das stelle ich mir so immer unter dem Stalking vor und das würde auch unter die Nummer 1 fallen. Ein wichtiger Punkt noch, das Aufsuchen muss natürlich logischerweise gezielt geschehen. Also, wenn der Täter jetzt zufällig mal in den Supermarkt geht und gerade zu dem Zeitpunkt ist das Opfer auch da, okay, dann ist das keine, dann ist die Nummer 1 nicht verwirklicht. Aber natürlich, wenn der Täter weiß, ah ja, meine Ex-Freunde, also das Opfer, meine Ex-Freundin, was auch immer, die ist Kassiererin bei Aldi und die hat einmal eine Schicht zwischen 8 und 15 Uhr. Ja, dann gehe ich da um 9 Uhr oder um 8.30 Uhr, was auch immer, gehe ich dann einkaufen. Also, dann wäre das Zusammentreffen natürlich nicht zufällig, sondern der Täter hätte das, oder hat das geplant. Und genau, das ist die Nummer 1 und das war es auch eigentlich schon von Nummer 1. Das ist meiner Meinung nach der wohl klausurrelevanteste, oder die klausurrelevanteste Nummer aus dem Paragrafen 238. Hier möchte ich nur auf ein Problem noch kurz hinweisen. Und das ist die Frage, ob das Opfer die Anwesenheit des Täters wahrnehmen muss. Eine Ansicht sagt ja, weil der Schutzzweck von 238 wird nur dann beeinträchtigt, wenn das Opfer die Präsenz des Täters wahrnimmt. Und eine andere Ansicht, die sagt, nein, bereits wenn das Opfer weiß, dass der Täter sich irgendwie immer in ihrer Nähe befindet, aber, ja, sie nimmt das nicht so wirklich wahr oder sie sieht ihn halt nicht, ja, positiv kann man nicht so wirklich sagen, aber okay, also ihr wisst, was ich meine. Selbst das ist schon geeignet, die Lebensgestaltung zu beeinträchtigen. Also allein diese Kenntnis reicht aus und, ja, deswegen muss das Opfer nach dieser zweiten Ansicht die Anwesenheit nicht zwingend wahrnehmen. Okay, ja, nur mal darauf hingewiesen, schauen wir uns die Nummer 2 an. Unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu dieser Person herzustellen versucht. Okay, also, ja, wenn die ganze Zeit die Person angerufen wird beispielsweise, dann ist das definitiv ein Fall der Nummer 2. Und auch wenn das Opfer nicht an das Telefon rangeht oder irgendwie diese Nummer blockiert oder sowas, dann ist ja nach dem Wortlaut hier von 238 Nummer 2, alleine den Kontakt herstellen zu versuchen, reicht schon aus für die Nummer 2. Okay, Nummer 3. Unter missbräuchlicher Verwendung von personenbezogenen Daten dieser Person a. Bestellung von Waren oder Dienstleistungen für sie aufgibt oder b. Dritte veranlasst, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Okay, also Nummer 3a, da kann ich mir mehr drunter vorstellen. Nummer 3a, das ist dann halt, wenn der Täter irgendwie Blumen oder sowas in ihrem Namen zu ihrer Adresse bestellt oder wenn der Täter, ja, unter ihrem Namen halt ein Brautkleid oder irgendwie was bestellt und das wird dann natürlich von Amazon oder wo auch immer man das kauft, als Stalking-Täter, keine Ahnung, das wird dann natürlich zu der Adresse des Opfers geliefert und das würde dann unter die Nummer 3a fallen. Nummer 4. Diese Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit ihrer selbst, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person bedroht. Okay, also, okay, ich habe nicht mehr Beispiele, ja, aber ist auch, glaube ich, logisch, wenn ich irgendwie, wenn ich Täter bin und ich drohe dem Opfer, hey, deiner Mutter, die wird Schmerzen erleiden, wenn wir nicht zusammenkommen oder irgendwie sowas, dann ist das definitiv ein Fall von 238 Absatz 1 Nummer 4, wenn ich das wiederholt mache und auch unbefugt und wenn das auch nicht nicht und wenn das auch geeignet ist, ist die Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen. Gut, Nummer 5. Zulasten dieser Person eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person eine Tat nach 202a, 202b oder 202c begeht. Und hier, dieser, ja, hier kann ich ganz schnell sagen, das ist nicht klausurrelevant oder nicht examensrelevant, weil das ist der 15. Abschnitt, also dieser 202a, 202b, 202c, das ist der 15. Abschnitt des StGB und dieser ist nicht examensrelevant, zumindest nicht in Bayern. Ja, und dann kommen wir zu der Nummer 6. Hier, eine Abbildung dieser Person eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Okay, wenn ich ein Bild halt als Täter, wenn ich ein Bild des Opfers verbreite, dann, ja, fällt das unter die Nummer 6. Also, ihr seht, ich, das ist ziemlich selbsterklärend. Nummer 7. Ein Inhalt, der geeignet ist, diese Person verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, unter Vortäuschung der Urheberschaft der Person verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich, wenn ich wieder Täter bin und ich lege halt ein Social-Media-Account mit dem Namen des Opfers an oder unter dem Namen des Opfers, wie es hier steht, um dann, ja, komische Sachen von mir zu geben. Also so, keine Ahnung, Holocaust-Leugnung oder was auch immer, irgendwas Komisches oder kriminelle Fantasien zu äußern. Wenn ich das mache, dann sieht das ja so aus, als würde das Opfer das machen, weil ich habe ja ein Social-Media-Account unter dem Namen des Opfers. Und, ja, genau, ist klar. Nummer 8 ist ganz interessant noch, aber nur eigentlich verfassungsrechtlich, weil darin steht, eine andere vergleichbare Handlung vornimmt. Soweit ich weiß, war das noch nicht vom Bundesverfassungsgericht, aber es ist natürlich offensichtlich, dass es hier Probleme mit dem Bestimmtheitsgrundsatz aus Artikel 103 Absatz 2 gilt. Wichtig ist mir hier noch dieser letzte Punkt. Die Handlung muss sowohl quantitativ als auch qualitativ eine vergleichbare Schwere aufweisen, wie die Nummern 1 bis 7. Okay. Dann die zweite Voraussetzung in dem Schema, oder wir sind bei der Tathandlung. Da muss ein Nachstellen erfolgen, was unter die Nummern 1 bis 8 subsummiert werden kann. Also so eine Tathandlung muss gegeben sein. Und dann muss diese Nachstellung, muss wiederholt geschehen und auch unbefugt. Und das, also das kann man auch perfekt aus dem 238 ablesen. Ich denke, ja, unbefugt, ja. Und auch diesen zweiten Prüfungspunkt, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, nämlich, dass die Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, äh, beeinträchtigt werden muss. Das kann man auch natürlich hier ablesen. Okay, kommen wir zu dem Wiederholt. Das Wiederholte nachstellen, ja, hier müsst ihr einfach nur wissen, einmal genügt nicht aus, klar, mehrmals, ja, es muss mehrmals vorliegen. Es gab, glaube ich, auch mal eine andere Ansicht, oder es gibt eine Ansicht, die sagt, fünfmal, ja, keine Ahnung. Äh, aber das hängt auch vom Einzelfall ab, so würde ich das auch sehen, das hängt vom Einzelfall ab unter Intensität der Handlung. Also wenn, ja, ja, zum Beispiel mein Supermarktbeispiel, wenn ich, äh, wenn ich als, ich bin immer Täter, wenn der Täter, wenn der Täter halt zum Supermarkt geht, immer, wenn die halt an der Kasse sitzt, dann, ja, ist das wohl eine nicht so intensive Handlung, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich irgendwie nachts immer der Auflauere, wenn die Joggen geht oder so, und dann, äh, laufe ich hinter der Herr beim Joggen, das ist natürlich, äh, also das finde ich persönlich eine, eine sehr intensive Handlung, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf als Opfer. Und, ja, da, also das, da würde mir auch schon zwei-, dreimal genügen. Beim Supermarkt, das müsste schon, ja, häufiger sein als dreimal. Zumindest so würde ich das sehen, wenn ich Richter wäre. Ich denke, das ist vertretbar. Keine Ahnung, ihr könnt das natürlich anders sehen. Gut, dann unbefugt. Hier dieses unbefugt, was im 238 steht, das meint ein tatausschließendes Einverständnis. Ähm, wenn, ja, wenn die, wenn das, wenn der Täter und das Opfer in einer Beziehung sind, oder das ist ja gar kein Täter dann, äh, wenn der X und die Y, wenn die in einer Beziehung sind, und die, und die Y, machen wir mal die Y, die schickt jeden Tag 50 Mal, I love you, äh, Herzchen, Herzchen, whatever. Äh, das ist natürlich nicht, kommt nur drauf an, aber ich würde das nervig finden. Äh, aber wenn, wenn der X sagt, ja, das ist vollkommen in Ordnung, dann ist das natürlich ein tatbestandsausschließendes Einverständnis. Und dann würde diese Nachstellung, die dann unter die Nummer 2 fällt, das war das mit dem Telekommunikationsmittel, meine ich, die würde dann befugt erfolgen und nicht unbefugt und das wäre dann keine Nachstellung, die unter 238 fällt. Gut, dann letzter Punkt. Die objektive Eignung zu einer nicht unerheblichen Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers kann man, wie gesagt, perfekt aus dem Gesetz ablesen. Beispiele hier. Wenn der Arbeitsplatz aufgegeben wird, Umzug, Verlassen der Wohnung, nur noch in Begleitung, Wechseln der Telefonnummer, Schlafstörung und Gegenbeispiel hier, ein erhöhter Blutdruck, der wurde als noch nicht ausreichend angesehen. Ja, also, wenn das Opfer ein bisschen Blutdruck, äh, Erhöhung hat, dann, ja. Ja, also, ihr werdet das schon prüfen in der Klausur, wenn das tatsächlich mal drankommt, aber, wie gesagt, kommt nicht vor. Dann 238 Absatz 3, das ist eine Erfolgsqualifikation und hier ist es noch ganz interessant, verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahestehenden Person, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Äh, hier nochmal kurz der Hinweis, dieses nahestehende Person, wenn das im StGB steht, dann denkt ihr immer an den 35 StGB. Äh, genau. Und hier, was ich erwähnen wollte bei dem Absatz 3, da ist interessant, dass auch der, der Suizid erfasst wird, weil durch diese Nachstellungshandlungen, da wird natürlich eine wirklich psychische Belastung aufgebaut. Und wenn diese psychische Belastung so hoch ist, und das ist ja in der Realität auch schon mal definitiv so passiert, wenn diese psychische Belastung dann so groß wird, dass dann der, das Opfer sich in den Tod wirft, dann, ja, ist der 238 Absatz 3 erfüllt. Interessant finde ich hier den Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Ja, wieso nur ein Jahr? Aber okay. Es hat der Gesetzgeber so gesehen. Und Kontrollfragen habe ich nicht. Und das war's dann von dem heutigen Video. Wie gesagt, nicht so wirklich klausurrelevant, aber wir haben einfach mal jede Tathandlung oder jede Nummer mit einem Beispiel uns angeschaut. Genau, Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal wie immer gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.